okay dann tun wir dies aber vorher habe ich noch was gesehen das machen wir jetzt mal die wiederholung für müsste ich mal so schlafen wir mal stehen wir das funktioniert das ist auch hier funktioniert doch nicht wo gesundheitsversorgung so wo ich nur geschlafen habe okay dann müssen wir doch mal hier oben gucken wo hier hinten ja genau Oldschool, meine Herren, Oldschool. Die Anfänge von Wolfenstein. In 8-Bit-Version. Ist doch eigentlich ganz witzig, oder? Ich muss ehrlich zugeben, ich finde es lustig, dass sie überhaupt auf so eine Idee kommen, sowas hier einbauen zu wollen. Also, überhaupt, dass sie so etwas hier einbauen in das Spiel, finde ich ganz lustig. Das war's für mich. Natürlich hingen beim Original 8-Bit hier dann die gekreuzten Flaggen. Aber man weiß ja, wieso das jetzt nicht mehr der Fall ist. Und ihr Fudel? Ah, ja. Ja, das macht einen Spaß. Anstatt, dass hier überall Medipacks liegen, können wir so mal ein bisschen mehr Munition rumliegen lassen können. So, dann müssten wir ja Reintüre, die jetzt die Tür öffnen. Aha, ein Geheimversteck. Das ist ja schön. Gibt es das hier auch? Ne, ne? War ja auch zu einfach, wenn es überall so wäre. Mal ganz hier in Ruhe, mein Freund. Von 7, man soll diesem Albtrommeln kommen. Da frage ich mich natürlich jetzt, wie lange dauert das? Limit erreicht, ja, bis zum Munition ist voll. Schön, wenn man sie hört, bevor man sie sieht. Limit erreicht. Kaum noch ein Pistol, da kam noch Sturmgeber Munition. Dann gehen wir halt wieder auf die Pistol. Schlimm mit den Leuten heutzutage. Besonders, wenn sie alle einfach nur hinter der Tür stehen. Und darauf warten, abgeschossen zu werden. Schlimm mit den Leuten, die in den letzten Enden gehen. So, ich denke mal, das ist der Ausgang. Aber wir gehen noch mal kurz zurück. Da war nämlich noch irgendwo eine Tür. Die würde ich dann doch ganz gerne noch öffnen. Limmel erreicht. Ach, ich mag das Wort nicht. Ach. Nur noch Gesundheit. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich so erlassen können. Ey, wo kommst du denn her? Also ich habe jetzt mit vielen gerechnet, aber dass da um der Ecke noch mal einer stand. Aber mit nicht. Ein schönes Überraschungsspiel. Überraschungs-Mini-Spiel. Hallo. So, Moment mal. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Darf ich nicht. Kommt später mal dran. So, habe ich euch auch noch das Islay gezeigt? Was soll's? Why not? Macht ja Spaß, ne? So was. So, ich mache dann wieder eine Aufnahmepause damit. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Let's fetz. Let's fun. Let's play. Mit eurem Freund Kolja Kastos.